Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge machen wir wieder mal eine Analyse und zwar geht es heute um Basic Attention Token BAT und den Brave Browser, von welchem ich ein großer Fan bin und ich möchte euch so ein bisschen diese Vision ein bisschen mitteilen. Unterschiedlich heute werden wir aber nicht sehr tief in die Technologie schauen, sondern ich werde euch mal so ein bisschen erklären, was Basic Attention Token genau kann, wieso man den Brave Browser benutzen sollte und was das mögliche Potenzial von BAT ist. Dann werden wir uns noch kurz Teile des Teams anschauen und noch ein paar quantifizierbare Werte, das heißt werden uns anschauen, wie die Bewertung momentan ist und wie die Bewertung eventuell in der Zukunft steigen könnte. Springen wir gleich rein und zwar schauen wir uns wie gesagt heute Basic Attention Token oder BAT an. Wenn ihr auf BasicAttentionToken.org geht, seht ihr hier eigentlich eine relativ simple Webseite mit viel Text, aber der Text ist eigentlich sehr, sehr selbsterklärend und wir gehen jetzt heute mal ein bisschen durch die Technologie durch, beziehungsweise schauen uns, was BAT denn genau ist. Jetzt BAT steht hier Introducing Blockchain Based Digital Advertising, also Blockchain basierte digitale Werbung und Ziel davon ist es Open Source transparent, dezentralisiert und effizient zu sein. Es steht hier, dass Basic Attention Token radically improves the efficiency of digital advertising by creating a new token etc. etc. Das heißt, das Ziel ist eigentlich digitale Werbung zu verbessern und BAT in diesem Zusammenhang, das Logo steht für den Benutzer, den die Person, die Werbung schalten möchte oder die Organisation, also die werbeschaltende Person und den Publisher, also die Person oder Organisation, die Inhalte veröffentlicht. Ich wäre zum Beispiel in diesem Fall Blue Alpine Cast oder Blue Alpine Research wäre in diesem Fall der Publisher, ihr wäre zum Beispiel der Nutzer, also der Zuschauer oder der Podcast-Hörer und der Advertiser, die Person, die Werbung schalten würde, wäre dann die Person, die zwischen den Videos zum Beispiel oder dem Podcast Werbung schalten würde. Jetzt, wieso gibt es BAT, was sind so ein bisschen die Gründe und also jetzt mal einen Schritt zurück gemacht, wir kennen es alle, Internetwerbung mag eigentlich niemand, viele Leute benutzen bereits heute eigentlich auch schon diese, wie sagt man, Werbeblocker und BAT sieht eigentlich darin das Hauptproblem. Die Benutzer werden heute eigentlich nicht nur mit Werbung überschwemmt, sondern auch beobachtet, verfolgt im Internet, also durch Cookies, durch andere Tracker, werdet ihr eigentlich und ich auch natürlich, werden wir im Internet so ein bisschen verfolgt. Unser Internetverlauf wird entsprechend getrackt und dementsprechend je nach Angebote, die wir im Internet konsumieren, werden wir auch Werbung sehen. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein neues Fahrrad anschaue, beziehungsweise Fahrrad, Mountainbikes etc., dann wird das von Google meistens in diesem Fall, und zu dem komme ich gleich, von Google dann an Fahrrad-Online-Shops weitergeleitet und diese Online-Shops zeigen mir dann Werbung von Mountainbikes und Fahrrädern, egal wohin im Web ich gehe. Das kann vorteilhaft sein, wenn ich gerade ein gutes Angebot bekomme oder eben auch negativ, wenn ich eigentlich nicht wirklich interessiert war, ein Fahrrad zu kaufen, sondern nur kurz für den Kollegen angeschaut habe, was das Modell oder wie das Modell genau hieß. Jetzt, das Problem ist nicht nur, dass die Tracker entsprechend falsch tracken und eben zu viel tracken, nein, es ist auch die ganze digitale Experience, wenn wir surfen, wird dadurch eigentlich auch stark beeinflusst. Das heißt, Werbung und Werbematerial braucht zusätzlich Ladezeit im Browser. Das heißt, grundsätzlich geht das Laden dann entsprechend der Webseite auch länger. Das ist vor allem auf mobilen Geräten entsprechend mühsam. Wir kennen das alle, wir sind gerade im Zug oder in der S-Bahn, U-Bahn etc. und möchten gerade eine Seite gucken und dann kommt noch eine Werbung dazwischen etc. etc. Das heißt, unsere Bandbreite wird für das gebraucht, aber nicht für die effektive Webseite. Natürlich kommt mit dem auch, dass zusätzlich Batterie gebraucht wird und auch die Privatsphäre wird natürlich gestört und dann noch das ganz Schlimme natürlich das Malware, also quasi Werbung, die ich sag mal nicht missbräuchlich, aber mit wirklich negativen Zielen eigentlich auf uns abzielt, sei es Viren und Malware etc. zu installieren und das natürlich auch ein Riesenproblem momentan. Zusätzlich kommt es dazu, dass eigentlich die Publisher, also die Inhalt produzierenden, sei es YouTube-Channel, sei es Podcaster etc., die verdienen auch sehr wenig in diesem Dreieck, in diesem Benutzer Werbeinhalt, Werbung schaltende Person und auch Inhalt machende Person. Google und Facebook regieren eigentlich die Werbeindustrie, die neben bis zu 73% von allen Werbeeuros und Dollars gehen eigentlich direkt an Google und Facebook. Facebook war ja jetzt in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder in den Schlagzeilen, wegen eben zu viel Benutzer-Tracking etc., auch in Kombination mit DSGVO und GDPR ist das natürlich ein Riesending jetzt. Auch Facebook hat da geschworen, dass sie da entsprechend Massnahmen ergreifen werden. Grundsätzlich heisst es, ist das Problem auch, dass es Bots gibt, das heisst automatische Software, die auf Werbung klickt und so natürlich eine gewisse Misswirtschaft getätigt wird und entsprechend falsche Angaben gemacht werden. Über 600 Mobiltelefone und Desktop-Computer, 600 Millionen entschuldigt, haben Adblocker bereits installiert, das heisst man will keine Werbung sehen, man ist gestört von Werbung etc. und will die entsprechend blockieren. Auch die Werbeschaltenden, also die Leute, die Werbespots zwischen diesen YouTube-Videos und den Podcasts etc. machen, auch die verlieren, ganz einfach, weil sie nicht genau wissen, für welche Information und vor allem für welche Klicks sie bezahlen. Die Bots sind auch da ein Hauptproblem, das heisst es ist relativ schwierig für eine Person, die Werbung schaltet, entsprechend gutes Reporting zu bekommen. Auch im digitalen Bereich, wie gesagt, die Mehrheit geht so oder so an Google oder Facebook. Jetzt kommt BAT und übrigens, dieses Video oder dieser Podcast ist überhaupt nicht gesponsert von Basic Attention Token, ich bin einfach ein großer Fan von der Grundidee und deshalb kommt auch das Video, aber das ist ja selbsterklärend, dass ich, ihr wisst ja, ich bin unabhängig und werde das auch bleiben, von daher auch noch das mal als Disclaimer. Jetzt kommen wir zum Thema Blockchain Digital Advertising. Was schlägt Basic Attention Token vor? Und zwar, sie schlagen drei Schritte vor. Sie sagen als erstes, ladet euch den Brave Browser runter, aber was ist denn der Brave Browser? Dann springen wir kurz hier hin, wir sind jetzt auf brave.com. Brave sagt, du bist kein Produkt und dein Browser sollte dich nicht wie ein Produkt behandeln. Genieße private, sichere und schnelles Browsing mit dem Brave Browser. Und es geht eigentlich darum, dass der Brave Browser sich ein Ziel gesetzt hat, das Web zu verbessern und auch zu verschnellern. Das heißt, der Brave Browser ist im Vergleich zu Chrome und Chrome ist einer der schnellsten Browser. Auf diesen drei Testseiten zum Beispiel, Fox, CNN und Time, um viereinhalb, siebeneinhalb und etwa fast acht, beziehungsweise sieben bis acht Mal schneller als Google Chrome. Das hat eben zur Folge, dass Brave wirklich auch mit Geschwindigkeit punkten kann und im Alltag durchaus ein gutes Investment ist. Bis zu acht Mal schneller als Chrome, aber auch als Safari. Und das Ganze gibt es auch mobile. Das heißt, ihr könnt euch diesen Brave Browser auch für das Android oder das iPhone herunterladen und dann entsprechend auch schneller dort surfen. Die Leute, die limitierte Datenpakete haben auf mobile, die werden sich freuen, weil auch da werden entsprechend Gelder eingespart, weil eben all die Ads nicht runtergeladen werden. Also die Werbung wird blockiert. Ihr seht hier, das ist etwa so ein bisschen die Angabe, beziehungsweise wenn ich hier einen neuen Tab öffne für die Leute, die gerade auf dem Podcast zuhören. Wenn wir hier schauen, dann sehen wir hier Trackers blockiert, also 64.000 Tracker, 178.000 Ads wurden bereits blockiert, HTTPS Upgrades und ich habe etwa 3,4 Stunden gespart, rein an Wartezeit, weil mein Browser entsprechend schneller war. Und das ist natürlich ziemlich cool. Das heißt, diese Angaben werdet ihr dann auch haben, sei es auf mobile, sei es auf dem Desktop. Das heißt, ihr spart wirklich Zeit und Zeit ist ja die bekannteste, wichtigste Ressource im Leben, neben Geld. Wenn wir hier weitergehen, dann sehen wir hier auch Earn Rewards and give back to your favorite creators. Und das ist mir persönlich wirklich wichtig und zwar das Konzept von Mikrozahlung. Das heißt, die Idee von Brave und auch Basic Attention Token, zu dem kommen wir gleich wieder zurück, ist es, dass ihr eigentlich mit eurer Aufmerksamkeit zahlt. Das heißt, dadurch, dass ihr jetzt zum Beispiel dieses YouTube Video schaut, bezahlt ihr mit eurer Zeit. Das heißt, ihr schenkt mir eure Zeit und für das bin ich natürlich unendlich dankbar. Und gleichzeitig, wenn ihr diesen Brave Browser benutzt und entsprechend BAT Tokens auch in Autozahlung eigentlich aktiviert habt, dann kriegt jeder YouTube Kanal, auf dem Podcast geht das leider noch nicht, aber zu dem komme ich noch, jeder YouTube Kanal, den ihr eigentlich in euren Abos drin habt, entsprechend einen kleinen Betrag. Das ist eine Mikrozahlung. Das heißt, dadurch, dass ihr jetzt, sagen wir, ein 10 Minuten oder 20 Minuten Video schaut, kriegt ihr entsprechend, beziehungsweise der Inhalt kreierende, das wäre in diesem Fall ich oder Blue Alpine Cast eben, würde in diesem Fall entsprechend diese BATs erhalten. Die BATs kann ich dann natürlich auch weiterverwenden für Dienstleistungen etc. Hier, wie gesagt, nochmal, es wird Software und auch Tracker und Werbung etc. wird blockiert. Das heißt, ihr könnt hier eigentlich ganz klar sagen, was blockiert werden soll. Und das ist zum Beispiel eines der negativen Punkte. Ich bin jetzt den Brave Browser etwa, nicht dass ich übertreibe, seit etwa 4 oder 5 Monaten am Brauchen. Und zwar als Alltagsbrowser, das heißt 24-7, immer wenn ich am Computer bin, beziehungsweise im Mobile, brauche ich diesen Brave Browser. Und eines der Probleme, die ich festgestellt habe, ist, dass er ein bisschen grosszügig blockiert. Das heißt, gewisse Inhalte werden zum Teil nicht angezeigt, weil er eben Angst hat, dass zum Beispiel JavaScript und auch Video-Inhalte entsprechend Werbung mit sich bringen. Dann blockiert er gleich das Ganze. Das könnt ihr aber ganz einfach da oben eigentlich, ja für die Leute, die jetzt im Video sind, das sehen wir hier eigentlich auch nicht, aber hier kann man eigentlich entsprechend das Ganze einstellen und dann eben auch blockieren oder eben nicht blockieren. Beziehungsweise, das war glaube ich hier, genau. Das heißt, man kann hier eigentlich einstellen, der Teil ist hier abgeschnitten, aber ihr seht hier eigentlich, das heißt, die Shields are up, also das Verteidigungsschild ist auf von Brave und ich werde hier eben auch nicht getrackt, aber ich kann hier auch grundsätzlich sagen, einfach mal Cookies blockieren oder alle Cookies erlauben. Ich kann hier Verschlüsselung aktivieren, etc., etc. Das heißt, das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel davon, dass ich auch individuell Inhalte anzeigen kann. Das heißt, wenn ihr mal eine Situation habt mit dem Brave Browser, in welchem ihr wirklich den Inhalt nicht seht, einfach hier oben auf den Löwen klicken und dann könnt ihr das Ganze eigentlich auch abschalten. Dann wird das Ganze neu geladen und ihr seht die Webseite hier wieder neu. Das heißt, ihr könnt hier den Brave Browser runterladen, aber jetzt kommen wir zurück. Das war der erste Schritt, der Brave Browser. Als zweiten Schritt ist eigentlich das Ziel eben das Basic Attention Token, dieses Token eigentlich mitzunehmen als, ich sag mal, Token, als Alltagstoken zwischen Publishern, Advertisern und Usern, das heißt zwischen Leuten, die Content, Inhalte veröffentlichen, ein YouTube-Kanal zum Beispiel, zwischen Werbeinhalt schaltenden Leuten, zum Beispiel Adidas oder irgendwie eine andere Marke, ich weiss nicht, und einem Benutzer bzw. einem Video-Zuschauer oder einem Podcast-Zuhörer in unserem Fall. Die Token-Utility, also die Brauchbarkeit dieses Tokens, wird eigentlich durch User-Attention, also durch eure Aufmerksamkeit gewährleistet. Das heißt, dadurch, dass ihr jetzt hier surft und ich jetzt irgendwie seit fünf Minuten auf dieser Webseite bin, bedeutet das, dass ich eigentlich meine Aufmerksamkeit diesem Inhalt schenke und damit auch indirekt bzw. automatisch im Hintergrund BAT ausbezahle. Das ist jetzt mal die Idee von BAT. Und jetzt kommt eben der dritte Schritt, A New Deal nennen sie es, also ein neuer Deal, ein neues Angebot. Der Brave Browser weiss, wo die Benutzer ihre Zeit verwenden. Das ist eigentlich auch, wie Google Chrome funktioniert, mit dem Unterschied, dass Brave Browser das Ganze natürlich auf Privatsphäre und Sicherheit fokussiert macht. Das heißt, grundsätzlich werden, zu dem kommen wir zwar nochmal, das heißt, das Ziel ist, dass mit dem Brave Browser und Basic Attention Token ein Ökosystem kreiert wird, in welchem ihr mit eurer Aufmerksamkeit im Web eigentlich bezahlen könnt und konsumieren könnt. Das ist so ein bisschen die Idee vom Ganzen. Das heißt, ihr könnt auch ganz explizit sagen, was für Werbung ihr sehen möchtet oder was für Werbung ihr nicht sehen möchtet, etc. Das heißt, es ist ein komplett transparentes Modell, in welchem eben alle drei Parteien entsprechend voneinander profitieren können. Das heißt, wenn wir hier, und für die Podcast-Hörer, ich gehe jetzt runter und erkläre hier, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier ganz oben den Benutzer, das heißt, das ist das BAT-Dreieck eigentlich, den Benutzer. Das heißt, die Benutzer werden mit BATs eigentlich für ihre Aufmerksamkeit bezahlt und können auch bezahlen. Das heißt, die Idee ist eigentlich auch, dass ein Benutzer einem Publisher entsprechend Geld zahlen kann, aber der Benutzer wird natürlich durch die Aufmerksamkeit von, sagen wir, werbungsschaltenden Instanzen entsprechend bezahlt. Die werbungsschaltende Firma, das heißt, sagen wir, eine Mountainbike-Firma, erhält natürlich höhere Einnahmen, weil sie ganz explizit weiß, dass diese Person explizit auch interessiert ist an Mountainbikes und nicht nur zufällig kurz eine Minute auf der Mountainbike-Webseite war. Und da ist eben dieses Anonymitätsschild dazwischen. Das Ziel ist eigentlich, dass der Brave-Browser eigentlich diese Aufmerksamkeit trackt, aber effektiv die Daten nie eigentlich das Gerät verlassen. Das heißt, das ist alles lokal bei euch gespeichert. Es wird nie mit einer Drittpartei geteilt, beziehungsweise eben nur anonym. Und in diesem Fall übernehmt eben BAT eigentlich so die Zuweisung der relevanten Werbung. Und der Publisher, also der Inhalt kreierende, erhält dann entsprechend durch den Benutzer auch zusätzlich Gelder. Das sind eben wieder diese Mikrozahlungen. Und so kann dieser Publisher zum Beispiel sagen, ja, ich mache YouTube-Videos und während diesen YouTube-Videos werde ich von dem User bezahlt, weil der User eben mit seiner Aufmerksamkeit entsprechend Zahlungen macht. Das heißt, das Ziel ist eigentlich für YouTube-Kanäle oder Podcast-Kanäle oder Twitch-Streamer etc. Das Ziel ist da eigentlich, dass die sich wie verifizieren und aktivieren, dass die Benutzer den Brave-Browser haben und Basic Attention Token benutzen und die Advertiser, also die Werbefirma entsprechend mit einem Netzwerk, mit dem BAT-Netzwerk eigentlich Werbung schaltet. Das heißt, da wird eigentlich der Split gemacht und das ist es eigentlich auch schon. Das heißt, es ist ein bisschen ein gescheiteres Werbesystem, ein gescheiteres Zahlungssystem. Was ich aber noch viel spannender finde und was ein bisschen meine Hoffnung ist und deshalb promote ich das Ganze auch, sagen wir indirekt eben mit diesem Video, was ich sehr cool fände, ist, wenn der Benutzer ganz klar zum Beispiel dem Publisher, das heißt dem YouTube-Kanal oder dem Podcast-Kanal, ganz explizit sagen kann, fix 5% von meinen BATs sollen an diesen Publisher gehen, weil ich diesen Publisher cool finde. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Deutschland gibt es eine Seite, die heisst Steady und das Ziel von Steady ist eigentlich, dass man direkt ein Magazin, ein Podcast, einen YouTube-Kanal etc. sponsern kann. Das heißt, man kann eine Art Mitgliedschaft aufbauen und ich kann jetzt zum Beispiel hier Magazin, das Magazin heisst Perlentaucher, sie hat 1.316 Mitglieder und die verdienen 6.000 Euro pro Monat, das heißt, sie finanzieren sich eigentlich direkt durch die Leser und das gleiche gibt es für Podcasts und Blogs und Videos etc. und das ist so ein bisschen meine Vision vom Ganzen eigentlich, wie das System besser funktionieren könnte, also eigentlich eine Art Steady oder Patreon gibt es ja auch für die Leute, die es kennen, in dem eben die Benutzer eigentlich direkt sagen können, diese Publisher finde ich gut, würde ich gerne Geld bezahlen. Dazwischen werden natürlich auch Werbeinhalte gezeigt, aber solange die relevant sind, sind ja die Benutzer eigentlich nicht daran gestört. Das heisst, dieses Ökosystem müsste grösser werden und deshalb bin ich eben auch ein Fan von diesem Brave Browser, das heisst, ihr seht es auch hier unten, der Brave Browser ist mein Browser, den ich eben im Alltag benutze. Das heisst, ich glaube an diese Zukunft, ich denke es ist eine faire Zukunft, eine transparentere, aber eben auch eine gewisse anonymere Zukunft für die Leute, die eben auch anonym bleiben möchten. Als nächstes, was extrem wichtig ist, natürlich das Team, wer steht genau hinter Basic Attention Token, wer hat eigentlich die Idee ins Leben gerufen und was sind so die wichtigen Personen dahinter. Und das ist wirklich ein cooler Bereich, weil das BAT Team ist, ich sage mal vor allem diese drei Personen sind drei der stärksten in der Industrie. Wir haben hier Brandon Eich und Brandon hat JavaScript mitentwickelt. JavaScript ist heute eine der meistgenutzten Web-Programmiersprachen und hat auch Mozilla und Firefox mitgegründet. Also der Typ versteht etwas von Browser bauen, von anonymen Browsern, also fairen, open source, offener Quellcode. Er versteht wirklich etwas von Web-Technologien mit JavaScript etc. Und versteht auch etwas von Schnelligkeit und Geschwindigkeit. Und das ist natürlich eine extrem starke Person. Wir haben hier Brian Bondi, auch er hat bei Mozilla gearbeitet, bei Evernote. Er war bei der Khan Academy und ist hier auch eigentlich im Lead. Brandon Eich ist eigentlich in der eher Strategie. Browser Engineering gehört bei Brian Bondi auf den Tisch und Jan Chu ist eigentlich eine, die extrem auf Privatsphäre und Sicherheit eigentlich fokussiert ist. Das heißt, wenn wir hier kurz durch die Personen gehen, wir sehen hier Brandon Eich, 61 geboren, ist jetzt 57 Jahre alt und hat wie gesagt Mozilla eigentlich, das Mozilla Projekt 1998 zusammen aufgebaut und war dann auch der CTO und auch der Hauptprogrammierer der Mozilla Foundation. Später, beziehungsweise auch hier JavaScript Engine, das heißt er hat auch einen Teil von dem JavaScript Teil von Mozilla auch mitentwickelt. Und war da auch, wie gesagt, auch bei der Entwicklung von Firefox grundlegend mit dabei. Und wie gesagt, er hat wirklich als Programmierer einen sehr, sehr großen Teil, nämlich JavaScript eben mitentwickelt, 1995. Und wie gesagt, heute JavaScript eine der Haupt- oder meistgenutzten eigentlich Programmiersprachen im Web. Danach eben, wie gesagt, Brian Bondi haben wir hier. Auch er ist extrem auf Firefox und Mozilla hat einen sehr starken Background eigentlich in Web-Technologien, war auch bei Firefox vom Anfang an mit dabei. Und wenn wir hier schon nur die Produkte anschauen, die oder die Projekte, an welchen er gearbeitet hat, also eben auch die Adblock Engine von Brave war auch mit ihm eigentlich mit dabei. Dann haben wir hier die Khan Academy, auch da hat er eigentlich die Firefox-Applikation dafür gebaut. Wir haben Firefox, JavaScript-Parser, etc., etc., etc. Also der Typ ist in Sachen JavaScript und Browser-relevanten Technologien eigentlich top-notch. Jan Chu, auch sie im Bereich Sicherheit, Privatsphäre eine top Person, also wir sehen hier Security Engineer und hat auch sehr viel mit HTTPS und dem W3C-Standard entsprechend hier die Projekte etwas mitgesteuert. Das heißt, der Tor-Browser, da hat sie mitgeholfen, HTTPS Everywhere, das ist so ein Ziel oder ein Projekt eigentlich, dass sichere HTTP-Verbindungen überall eigentlich forciert werden. Und da hat sie natürlich auch mitgeholfen. Und das ist natürlich eine Riesensache. Also sie ist relativ jung, aber eine sehr gute Programmiererin. Und so eine Person eben im Bereich Privat- und Sicherheits- und Privatsphäre zu haben, ist natürlich eine sehr große Sache. Der Rest vom Team wirklich erfahrene Leute, gute Leute, Programmierer mehrheitlich, unterschiedlich. Aber das Ganze, wie gesagt, ist ja auch Open Source. Das heißt, sei es der Brave-Browser oder eben auch Basic-Attention-Token, das Ziel ist eigentlich das Ganze Open Source, also mit offenem Quell-Code zu machen und zu bauen. Und das ist eigentlich so, das ist eigentlich auch schon mit dem Basic-Attention-Token. Ich möchte wirklich nicht zu stark in die Technologie reingehen. Ziel wird es sein, von BAT, und da denke ich, da sind noch ein paar Fragezeichen offen, Ziel wird es sein, eigentlich mit der Werbeindustrie zusammen gewisse Standards zu bilden und entsprechend dieses Dreieck noch weiter auszubauen und noch gescheiter zu machen, noch gezielter eigentlich mit Werbung zu arbeiten. Ich denke eben auch, wir sind nicht alle komplett gegen Werbung, aber wir sind gegen falsche Werbung und vor allem irrelevante Werbung, sage ich mal. Und wie gesagt, meine Vision von BAT bzw. Brave ist eben diese Connection hier. Das heißt, dass der Brave-Browser eigentlich wie eine Art Medium ist, Aufmerksamkeit zu schenken. Und das ist es ja, indem ich browse, schenke ich meine Aufmerksamkeit unterschiedlichsten Projekten und auch Webseiten etc. oder YouTube-Kanälen. Und mein Ziel ist es ja, dass ich mit dieser Aufmerksamkeit jemanden belohne und diese Belohnung ist zum Beispiel eben der Publisher der YouTube-Kanal. Stellt euch das folgendermassen vor, ähnlich wie euer Spotify oder Netflix-Abo, ihr zahlt sagen wir 20 Euro oder 10 Euro jeden Monat an den Brave-Browser oder eben die Brave-Organisation. Und der Brave-Browser verteilt diese 10 Euro eigentlich automatisch an den YouTube-Kanal, an den Podcast, an den Twitch-Stream, an eine News-Webseite etc. etc. Ohne, dass ihr eigentlich dabei etwas machen müsst, sondern das Ganze passiert völlig automatisiert und ihr belohnt eigentlich mit eurer Aufmerksamkeit entsprechend die Kanäle. Das ist so ein bisschen meine Vision, ohne Mittelmann, ohne Organisation dazwischen, die entsprechend zensieren kann oder Inhalte ausschalten kann, sondern direkt vom Konsumenten zum Kreierer eigentlich, vom Inhaltkreierer, denke ich, dass das eine sehr, sehr spannende Sache ist. Und deshalb würde ich euch empfehlen, jetzt mal anzufangen mit dem Brave-Browser und da einfach mal loszulegen, ein bisschen das Ganze zu brauchen. Das Beste habe ich euch noch gar nicht gesagt und ihr seht, ich bin ein riesen Fan davon. Der Brave-Browser basiert auf Chrome. Das heisst, die Grundtechnologie ist eigentlich ein Chrome-Browser mit der Funktionalität eben Privatsphäre. Und ihr könnt alle eure Chrome-Extension, also alle eure Erweiterungen, die ihr habt, die ihr für den Alltag braucht, könnt ihr auch auf dem Brave-Browser installieren. Das heisst, ihr könnt ganz normal in den Chrome-Store gehen und entsprechend eure Erweiterungen einfach installieren und die werden dann beim Brave-Browser installiert. Das ist eine sehr coole Sache, das heisst, ihr habt eigentlich die Möglichkeit, hier ganz konkret eure Alltagserweiterungen auch im Brave-Browser entsprechend zu benutzen. Abschliessend möchte ich noch ein paar Zahlen mit euch teilen und zwar den momentanen Stand für die Podcast-Hörer. Wir sind gerade auf einem Google-Sheet, da habe ich euch so ein bisschen das Ganze zusammengefasst. Momentan 5,5 Millionen Nutzer monatlich, davon sind 75% Mobile, macht auch Sinn, immer mehr Leute sind eher auf dem Handy unterwegs. Das heisst, ladet euch den Brave-Browser einfach für das Mobile mal runter, spielt mal herum, benutzt das Ganze und ihr werdet sehen, das Ganze ist schnell, stabil. Also ich habe noch keinerlei Crash gehabt, das ist wirklich auch sehr gut, also da ist mir Chrome schon öfters eigentlich gecrashed, von daher auch sehr cool. Mehrheitlich die Leute aus den USA und dem EU-Raum und bereits 16.000 Webseiten sind registriert und über 61.000 YouTuber und Twitch-Streamer. Meine Webseite hier, BlueAlpine Research, ist auch registriert, auch der YouTube-Kanal ist bereits registriert. Das heisst, wenn ihr heute BAT auf dem Brave-Browser ladet und auf BlueAlpineResearch.com geht, beziehungsweise auf den YouTube-Kanal geht und auf YouTube eigentlich das Ganze konsumiert, dann würde ich auch entsprechend BAT erhalten. Das ist eben diese Mikrozahlung, das könnt ihr entsprechend auch prozentual ein bisschen steuern und in der Zukunft wahrscheinlich noch weiter steuern und wirklich sagen, ich möchte irgendwie maximal 1 Euro und danach irgendwie nur noch 20 Cent etc. Also das könnt ihr komplett steuern. Das heisst, mein Kanal ist da bereits registriert, auch die Webseite. Und mein Ziel wäre es eigentlich auch, dass der Podcast irgendwie da mit reinkommt, aber je nachdem, wo ihr den Podcast eben konsumiert, kann das ein bisschen schwieriger sein oder leichter. Aber ich werde mich wirklich dafür einsetzen und auch entsprechend mal nach Wegen suchen, wie man da einfach als Podcast-Kreierer und YouTube-Kreierer bezahlt werden kann. Und so könnt ihr eigentlich mitspenden und den Kanal eigentlich auch unterstützen. Partnerschaften, auch sehr starke, wir haben hier die Dow Jones Gruppe. Da gibt es unterschiedliche Zeitungen, Magazine etc., die mit dem Brave Browser eigentlich verknüpft gratis waren. Das heisst, man hatte eine Kampagne, bei welcher man den Brave Browser runterladen konnte und da eigentlich ein Gratis-Abo für das Wall Street Journal zum Beispiel bekommen hat oder auch eine Newsletter etc. DuckDuckGo, die Webseite, die anonyme Suchmaschine, ist auch ein Partner. HTC, der Handyhersteller und Civic, die Identity-Plattform. Die ist auch mit dabei, als Partnerschaft etc. Jetzt zu der Bewertung. Momentan ist BAT, Basic Attention Token, auf dem Markt bei 378 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung bewertet. Momentan sind 1,2 Milliarden BAT im Umlauf. Effektiv werden es dann 1,5 Milliarden BAT sein. Das heisst, das wird dann immer wieder graduell eigentlich rausgekommen. Das heisst, wenn ihr die Marktkapitalisierung durch die Token, die im Umlauf sind, entsprechend aufteilt, dann kriegt ihr eigentlich den Token-Preis. Und das wird natürlich mit diesem Umlauf, entsprechend wäre der Token-Preis natürlich tiefer. Das heisst, die Marktkapitalisierung muss steigen. Das hier entsprechend, das habe ich jetzt mal für 2022 aufgezeichnet. Gerade, ich erkläre euch gleich wieso. Und dann müsste natürlich der Token-Preis entsprechend, kann nur steigen, wenn die Marktkapitalisierung auch steigt. Beziehungsweise die Marktkapitalisierung würde steigen, wenn der Token-Preis steigt. So ist es auch noch richtig. Die Werbeindustrie momentan wird auf 237 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das ist jetzt nur der digitale Werbebereich. Und 2022 soll der 347 Milliarden US-Dollar entsprechend sein. Das heisst, ein 46-prozentiges Wachstum. Und da ist natürlich die Frage, was wird BAT-Token machen? Wird da entsprechend auch dieses Wachstum folgen? Und wir würden dann entsprechend eine höhere Marktkapitalisierung sehen. Solltet ihr heute in BAT investieren? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ja. BAT ist meiner Meinung nach die Zukunft. Ob dieses Modell, das wir hier sehen, dieses Dreiecksmodell, ob das so perfekt funktionieren wird, das werden wir nicht wissen. Aber wenn ihr einen kleinen Teil schon heute eigentlich in die Hand nehmt, das kann 10 Euro sein, 20 Euro, in BAT investiert, auf euer Wallet eigentlich im Brave Browser ladet, dann könnt ihr schon heute eben Teile dieser 16.000 Webseiten oder 61.000 YouTuber entsprechend unterstützen. Ich bin natürlich einer davon, das heisst, ganz Karten offengelegt. Ich würde mich natürlich über diese Unterstützung freuen. Sage euch aber natürlich absolut, macht das nicht für mich, das ist wirklich nicht das Ziel. Ich denke einfach, der Brave Browser bringt absolut viele Vorteile, schon alleine ohne BAT. Das heisst, der Brave Browser ist schnell, er trackt euch nicht, die Privatsphäre steht im Fokus etc. Und da denke ich, das alleine ist eigentlich schon ein Vorteil wert und deshalb würde ich sagen, ladet euch den Brave Browser herunter. Fangt mal mit Mobile an oder fangt mal mit Desktop an. Versucht das Ganze, spielt mal ein bisschen herum und dann bildet euch eine eigene Meinung. Ich denke, das ist mal das Wichtige, wenn ihr seht, der Browser taugt nichts, ist nicht gut etc., dann werft ihn einfach wieder weg, installiert, deinstalliert das Ganze und nichts ist passiert. Das heisst, ich würde euch mal ans Herz legen, diesen Brave Browser herunterzuladen, mit BAT Token ein bisschen herumzuspielen. Das war es von der, ich sage mal, wirklich absoluten Kurzanalyse, aber ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Und vor allem, das sind so mal die Fokuspunkte, wie gesagt, die Struktur, wie das Ganze funktioniert, das Team, wer dahinter steht, die Vision, die dahinter steht und wieso ich denke, dass das Ganze in der Zukunft entsprechend funktionieren könnte. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch auf YouTube, gebt mir ein Abo auf YouTube und auch auf den Podcast, damit wir, wie gesagt, auch in Zukunft diese Nachrichten, diese Analysen, diese Hintergründe mit anderen Leuten teilen können. Ich freue mich über einen Daumen hoch, über das Abo, wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.